Musik So, moin Leute und willkommen zurück. Da ist mir nämlich gerade einfach mal das Spiel wieder abgeschmiert. Muss ich gerade die ganze Passage normal spielen? Naja. Claire schickt sicher jemanden, um uns zu suchen. Wir warten hier. Er wird uns finden. Wird er nicht. Lass das. Komm schon. So. Da sind wir jetzt wieder. Ja, hoffentlich schmiert mir das Spiel nicht nochmal ab, sonst... Keine Ahnung. Und so. Beendet ich die Aufnahme dafür heute komplett. Martin, der sieht krank aus. Was? Willst du ihn etwa pflegen? Wir sollten die Regale da oben durchsuchen. Kannst du mir da hochhalten? Brauchst du etwas Hilfe? Kein Problem. Hier ist etwas Fleisch. Sieht nicht gerade frisch aus. Die meisten Fleischbesser können ohne Probleme Aas fressen. Schön für Sie. Okay. 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 Das ist ganz schön dunkel da drin. Keine Sorge, ich regle das. Glaubst du? Das kann man nicht. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Glaub ich. Ach, er hat eine Fangflugie, ja dann. Ich komme wechsel. So. Ist das? So, das habe ich schon repariert, oder? So, dann brauchen wir jetzt nur noch so einen Dino-Riegel. Was brauchen wir dich? So und zack! Ja, das tut er auch. Okay, wir können also durch den Röhren laufen. Und der Timer mag mich auch, deswegen sagt er, dass ich hier stoppen soll. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn dem Standard entspricht, dann lass mal einen Daumen da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!